Ja, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Adler gegen die Augsburger Panther. Ich begrüße an dieser Stelle wie immer die beiden Cheftrainer, zu meiner rechten Mike Stewart, zu meiner linken Sean Simpson und bitte auch heute den Gästetrainer als erstes um sein Statement. Guten Abend, alle zusammen. Ich möchte zuerst Simeon seiner Mannschaft gratulieren. Ich glaube, wir haben heute eine ausgeglichene Partie gesehen, hart umkämpft. Aus unserer Sieg, ich glaube, unser Start war in Ordnung. Leider sind wir in den Rückstand gegangen, aber dann im zweiten Drittel, wir haben unser Tor geschossen. Beide Mannschaften haben wir Chancen gehabt, beide Tormänner waren heute stark. In den letzten 20 Minuten, wenn wir wieder im Rückstand gegangen sind, bin ich einfach stolz, wie meine Mannschaft zurück in die Partie gekommen ist. Sie haben gekämpft bis zum Schluss und dann in Overtime bei der Mannschaften wieder. Kurzes Powerplay für Mannheim. Wir haben eh ein bisschen länger gehabt und leider das nicht ausgenutzt, aber Endras hat ein paar Supersaves gemacht und dann letztendlich im Penalty schießen. Da sind wir ein bisschen 50-50 und leider war das Glück, wenn nicht auf unserer Seite. Aber wie gesagt, gegen einen sehr starken Gegner. Wir haben heute uns zurück in der Partie gekämpft und einen Punkt mitgenommen. Dankeschön. Vielen Dank, Mike Stewart. Sean, dein Statement. Dankeschön. Wir sind zufrieden mit dem Sieg, aber auf unserer Seite sollten Sieger drei sein. Wieder ein Tor so spät in das Spiel abzugeben ist sicher nicht was wir wollen, aber das ist wie es läuft momentan für uns. Ich glaube allgemein haben wir nicht so schlecht gespielt. Wir haben viele Chancen, vielleicht 2-0 in Führung zu gehen oder sogar 3-1 zu gehen. In Schlussmomenten haben wir nicht dies geschafft und das am Schluss hat uns gekostet. Ich war froh, dass wir wieder Ryan McMurtry auf dem Eis gesehen haben. Langsam haben wir Sieger bekommen Leute zurück und ich glaube, er hat ein sehr solides Spiel gespielt nach so einer langen Ausfall. Wie gesagt, Frieden mit dem Sieg enttäuscht, dass es nicht drei Punkte waren, aber es war ein schwerer kämpfte Spiel von beiden Seiten und schauen wir auf das nächste Spiel. Danke. Vielen Dank, Sean. So viel zu den Statements der beiden Trainer. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Es wurde alles gesagt, dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise und wir sehen uns dann am kommenden Freitag wieder. Hier zu Hause geht es gegen die Grizzlies Wolfsburg. Spiel beginnt um 19.30 Uhr. Ihnen allen noch einen schönen Abend.